So, jetzt mal eine schöne Aufgabe, eine Übungsaufgabe zur Linsengleichung. Und ich werde die dann auch noch als Probe mit der Newton'schen Abbildungsgleichung verbinden, also so dass wir dann sagen, wir sind richtig. Die Aufgabe ist relativ unkonkret gestellt, deswegen müssen wir aus dem Text einiges herauslesen. Ein Bild wird in 5 cm Entfernung scharf von einer Linse mit 17,5 cm Brennweite abgebildet. Wie weit ist der Gegenstand von der Linse entfernt? Jetzt streichen wir mal an, was das ist. Ich habe es schon gemacht. 5 cm Entfernung. Scharf, erstmal scharf. Scharf abgebildet heißt, das wird kein virtuelles Bild sein, wie bei einer Zerstreuungslinse, sondern ein reelles Bild. Und zwar scharf hinten auf einem Bildschirm zum Beispiel, auf einem weißen Stück Papier geht auch, was auch immer. Ich halte eine Linse davor, ich habe einen Gegenstand und so weiter. Uns ist jetzt egal, wie groß der Gegenstand und das Bild dann dabei sind, sondern uns kommt es darauf an, diese 5 cm Entfernung. Ja, was bedeutet das? Ich kann nicht anders. Ich muss sagen, das ist letzten Endes die Weite, die ich diesen Bildschirm von Brennpunkt aus entfernt halten muss, damit das Bild scharf wird. Das, ich kann das praktisch, ich habe das mal versucht, so ganz grob und nicht maßstäblich zu konstruieren. Ich habe hier also einen Mittelpunktstrahl. Ich habe auch einen Parallelstrahl, der dann zum Brennpunktstrahl gebrochen wird, mit zur Hilfe genommen. Und auch hier einen Brennpunktstrahl vom Gegenstand ausgehen, der dann wieder zum Parallelstrahl gebrochen wird. Da schneiden sich alle drei Strahlen und ergeben dann das Bild, die Höhe des Bildes in diesem Fall. So, und jetzt nochmal zur allgemeinen Belustigung. Hier habe ich also die Brennweiten, die beiden. Hier habe ich diesen Abstand, von dem ich gerade gesprochen habe. Und hier habe ich den anderen Abstand, und zwar wie weit ist der Gegenstand vom Brennpunkt entfernt. Zusammen ergibt das, dieses Z und dieses F ergeben zusammen die Gegenstandsweite. Und hier dieses F und dieses Z' weil es ja ein abgebildeter Gegenstand ist, ergeben die Bildweite. So, jetzt nehmen wir mal die Linsengleichung zur Hilfe. Die, wir suchen ja B, ne, hier, dieses B suchen wir. Und dementsprechend stelle ich um, äh, G, Entschuldigung. Dementsprechend stelle ich um, und dann werde ich das mit der Newton'schen Abbildungsgleichung mal ins Verhältnis setzen. Also umgestellt ergibt das diese Gleichung, eingesetzt, das ist alles keine große Kunst. Wie das dann mit Gleichung lösen geht, das ist ähnlich wie bei der Widerstandsgleichung. Da werde ich dann nochmal hier links anfügen, könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Und dass man das dann einsetzt, gleichnamig macht. Wobei ich hier auf das gleichnamig machen nur insofern eingegangen bin, dass ich gesagt habe, ich multipliziere praktisch über Kreuz und sage, hier habe ich dann die 22,5 cm, hier die 17,5 cm, ne, immer über Kreuz gerechnet. Und unten bilde ich lediglich das Produkt, rechne das aber nicht aus, das lohnt sich nicht. Dann kann ich hier, weil ich ja einen gleichen Nenner habe, der sich aus 17,5 x 22,5 cm² ergibt, kann ich sofort hier oben abziehen. Ich habe meine 5 cm, das war ja Z' aber ist jetzt unwichtig, hier geht es ja lediglich um das Ausrechnen und tippe dann wie folgt ein. Bevor ich aber einen tippe, überlege ich nochmal, kommt dann auch wirklich hier unten ein Zentimeter heraus? Ja, denn hier unten habe ich Quadratzentimeter stehen, hier oben Zentimeter durch Zentimeter gekürzt. Wie man mit Einheiten kürzen umgeht, werde ich dann vielleicht hier auch nochmal einen Link hier oben anfertigen. Mal sehen, ob ich das noch da reinkriege. Und dann tippe ich folgendes in den Taschenrechner, 5 durch 17,5 und nochmal durch 22,5. Ich habe das extra mal so hier hingeschrieben, weil sonst gerne Leute falsch eintippen, 5 durch 17,5 x 22,5 und dann kommt Quatsch raus. So, wenn ich das eingetippt habe, steht hier unter dem Bruchstrich oder im Taschenrechner erstmal im Fenster ein unmögliches Ergebnis. Aber mit der 1 durch x-Taste kann ich das Ganze wieder auf den Kopf stellen, sodass 1 durch x, ich sage, ich bilde von beiden Seiten das Reziproke oder ich stürze. Wenn ihr den Begriff stürzen mal hört, stürzen heißt beide Seiten, von beiden Seiten das Reziproke bilden und dann kommen 78,75 Zentimeter als Gegenstandsweite heraus. Wenn ich das nicht glaube, dann sage ich, okay, dann probiere ich das mit der Newton'schen Gleichung und bilde hier drüben das Quadrat. Achtung, korrekterweise schreibt man 17,5 Zentimeter in Klammern zum Quadrat, weil nämlich die 17,5 zu 306,25 und die Zentimeter zu Quadratzentimeter quadriert werden. Hier drüben, Achtung, hier muss ich natürlich die 61,25 Zentimeter einsetzen. Warum? Die Gegenstandsweite setzt sich ja aus der Brennweite und diesem Z nochmal zusammen, sodass ich hier wirklich für echtes Z, also die 17,5 Zentimeter Brennweite nochmal abziehen muss. Ich nehme den ganzen Kram mal 5 Zentimeter und erhalte auf beiden Seiten das Gleiche. Ich denke, das müsste als Beweis genug dienen, dass das funktioniert hat. Ja, jetzt werde ich zum Schluss nochmal irgendwelche Links anfügen. Ich hoffe, das hat mal zum Verständnis beigetragen, wie man mit solchen Sachen umgeht. Gut, ich wünsche euch was Schönes. Macht's gut. Tschüss.